Musik Siegrist in Grenchen, Produktion von Präzisionsverzernung und Drehteilen. Musik Bei der Produktion verwenden wir verschiedenste Materialien wie hochfeste und nicht rostende Stähle, legierte Baustähle, Automatenstahl, Messing, Aluminium und alle zersparnbaren Kunststoffe. Musik Die Weiterverarbeitung auf modernsten Verzahnungsmaschinen erlaubt eine Bearbeitung des Rohmaterials in Modulbereichen von 0,15 bis 1,5 und in Losgröße 1 bis 1 Million. Um den hohen Qualitätsanforderungen für den späteren Einsatz zu entsprechen, werden die Rohlinge und die verzahnten Teile gehärtet. Nach der Ertung werden die Produkte nach Kundenwunsch geschliffen, gehohnt oder rolliert. Unser ISO 9001 Qualitätsmanagementsystem basiert auf dem Prinzip der Eigenverantwortung jedes einzelnen Mitarbeiters. Nach der abschließenden Qualitätskontrolle, unter Berücksichtigung ihrer Vorgaben, werden die Produkte für den Versand vorbereitet. Der Versand der fachgerecht verpackten Ware erfolgt innert kurzester Zeit- und termingerecht. Präzisionsverzahnung und Drehteile. Siegrist Swiss Precision since 1912. Kompetent, innovativ, aufgestellt. Körst es hier imёт shouldnert. Wir machen nicht Von jetzt mal was Sie -, Für die Reihe des Willens freundasätten, puis wir können das können.